Ja, ich hasse die Abflussgebiete. Ja, jetzt kommt noch eine Spinne dazu. Warum nicht? Ich hätte mir auch einen Toast machen sollen für heute Aufnahme, ehrlich. Ich hätte jetzt voll Hunger haben. Wir können ja mittendrin eine Pause machen, wenn du willst, oder? Ich sage einfach, wenn du auch sehr großen Hunger bekommst. Bei mir geht es eigentlich gerade noch so. Machen wir eine kleine Pause, fressen was, was lecken was, whatever. Und dann geht es auch schon weiter. Vor euch wird das sowieso alles 15 oder 20 Minuten am Tag erscheinen, also. Ich bekomme diese Stelle wahrscheinlich erst in einer Woche mit. Wenn sie es bis dahin noch schon. Ja, bezweifle ich auch. Obwohl immer, wenn du dabei bist, sicher so wieder 6000 Aufrufe. Aber sicher, weil... Aber sicher, weil es ganz genau an mir lag. Sicher, weil... Momentchen mal, wo war das? Ach ja, da hinten. Sicher fangt dann Ronk wieder an zu einem letzten Test von WoW. Okay, auf einmal habe ich dann wieder so 6000 Aufrufe. Alter, ich rieche Toast durch meine geschlossene Tür. Und wie man Vater reingeschaut hat... Moment, da kommen wir wieder dahin. Was machen wir jetzt eigentlich? Den Weg darf da irgendwo oben suchen. Ich weiß glaube ich wieder wo er war. Das habe ich früher schon immer gesucht. Da habe ich dann, witzigerweise... Irgendwo da habe ich mich hochgeglitscht. Und dann habe ich nicht mehr weiter gewusst. Aber Spinne, egal. Einfach weiterlaufen. Dafür habe ich ja meine Hot. Kann es denn, dass wir in einen Tunnel müssen oder so? Oder den Weg hinauf, weißt ihr? Na weißt du, ich meine nicht, weil da Quellenkind sind und die sind auch manchmal in den Tunneln. Hm. Momentchen mal. Für die große Mutter. Ja, ja. Die große Mutter hier. Ist das nicht... Doch, das ist die Höhle, aber... Wo war der Eingang zur Höhle? Weißt du das? Ich mach mal die Quests hier weg. Der war irgendwo dort. Das ist so behindert gemacht. Das habe ich... Das ist ein kleiner Durchgang. Das ist der andere, das ist der falsche. Wir müssen in den vorne hin. Mach mal die Questsymbole weg. Die Questziele. Und dann siehst du, da ist noch eine. Da müssen wir rein, das weiß ich noch. Hm. Also nicht in die obere. Nicht in die obere, ja. Ey, jetzt lass mich doch in Ruhe gehen. Ich brauch dringend Aidons. Kann ich mal in der Pause da noch ein paar Aidons holen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Teufelsfels. Die obere heißt die Kluft. Ja hier, hier ist sie. Der? Ist das nicht den Weg, den wir vorher schon gegangen sind? Ja, hier ist die Höhle. Ich hab sie. Kommst. Einfach den Weg nochmal ziehen. Ja, du hast... Du hast nämlich vorher gesagt. Da gehört... Ja. Gehört. Jetzt wieder. Mann, die Leute müssen sich da... So einen richtigen... So einen richtigen Facepalm gegeben haben. Aber die müssen wir auch nicht killen. Knarzt klauen. Was hast du grad für... Ich schau da mal weit bereit. Wie viele Quests hast du? Hallo. Ich hab Fenn. Ich auch. Hm. Aber ich glaub das... Ich weiß nicht. Ich... Ja, du kannst ja mal schauen. Obwohl... Ja, wurscht. Geh mal rein. Mensch und engine. Was ich bei den Viechern richtig witzig finde... Oh ja, wir gehören denen. Wir müssen... Okay. Okay, das sieht man bei dem jetzt natürlich gar nicht. Okay, was ich bei... Wir müssen das machen. Ach. Ja. Okay. Aber eine müssen wir noch töten aus... Oder nein. Geht schon. Seht ihr das? Das tue mich auch hin. Muss ich mir nur merken. Hier. Den... Sein Finger bewegt sich noch. Sein Finger bewegt sich noch. Sein Finger bewegt sich noch. Mhm. Man, ich kann mich auch wieder erinnern an die Quest. Diese... Naturgranaten. Nein, lol. Gleichzeitig. Multi-granate. Ja. In Höhlen habe ich... Genau 60 FPS. Doppelt hält besser. Es gut ist, dass wir nicht alles einzeln machen müssen. Mhm. Ich frage schon, wenn ich Mensch machen kann. Ja. In Höhlen habe ich 60 FPS. Draußen nur 30. Warum auch immer. Ah. Wir haben schon alle. Aber hier war noch irgendwo noch ein Boss. Ja. Melanas Knopf... 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 Oder so. Verwenden wir trotzdem weiter die Granaten. Geht schneller. Melanas Kopf. Verwenden wir aber trotzdem die Granaten. Geht schneller. So. Irgendwie konnte man sich hier hochglitschen. Ja. Bin oben. Ich glaube, der ist auch hier oben. Wie hast du dich hier hochgeglitscht? Ich hänge hier bei der Mitte irgendwo... Ja, hier. Genau. Geschafft. Sollte man eigentlich nicht hochkommen, schätze ich mal. Aber wie sich da einer versteckt hat. Ja, wie er einfach durchschleicht. Geschleicht. Warte kurz, warte kurz. Oh. Lass den mal kurz. Wenn du mich... Hier ist der Boss, du Koffer. Nee, ich mein Ding Taschen... Ach so. Steal ihn schnell was. Schnell. Ah, wer... Ja, looten. Jetzt. Hallo? Und den lass jetzt hin. Na, geht doch. Jetzt krieg ich einfach zurück. Komm. Gehen wir... Zurück. Geht nicht. Na, hier. Hier kann man runter. Nein, ich mein... Ich mein... Mit Taschenliebstahl. Das sind ja keine Humanoide. Das sind Dämonen. Oh Gott, der rennt zu uns runter. Toll, von Tabachkin bekommt man's. Aber nicht von... Oh, das ist ein Ra, deswegen. Verdammt. Da ist ein Ra Boss. Da ist ein Ra Boss. Ich kille aber den Kleinen da. Ich kille aber den Kleinen da. Ja, ich hab's gesehen. Schwach... Schwach glühendes Auge. Naja, ich... Kann sich ja verscherbeln. So, dann schnell raus hier. Ohne irgendwas zu pullen oder so. Naja, wenn man solche Granaten hat. One-Hit-Granaten. Solche Granaten sollte sich im Krieg verwenden. Ist viel naturfreundlicher. Nein, geht die Natur am Arsch vorbei. So, da ist noch ein Silberblatt gewachsen werden wir in der Höhle, Mann. Komisch, dass in der Höhle gar keine Erzadern waren. Ja, hab ich auch gedacht. So, geben wir abgeben? Ja, geben wir auch da wohl abgeben. Wir sind eh direkt neben den Questgebern, sozusagen. Früher hat Verstohlenheit noch verlangsamt. Und der Nächste, der mich einladen will. Ignorieren. Die summiert mich nicht. Aquano ist eben schon berühmt auf YouTube, weißt du. Ich hab mich schon mit dem Akinator gefunden. Ja. Dich? Oh Mann. Vielleicht solltest du den Fenster klären, was der Akinator ist, falls sie es nicht müssen. Ah, da blende ich Bilder an, wenn ich es nicht vergesse und ich werde es vergessen. Warte mal. Das schneide ich dann einfach raus und ich weiß, wo ich... Ja, vielleicht würde ich auch eingeladen. Das schneide ich dann einfach raus und ich weiß eine Stelle, wo ich was Wichtiges einfügen wollte. Viel Glück. So, jetzt haben wir Mal der Wildnis bekommen. Das werde ich später auch noch casten können. Dann Bar. Ja, er hat mich hier schon gebufft. Also, egal. So, dann gehen wir mal weiter. Zu den Knarzt-Clown. Hast du eine neue Quest bekommen, oder? Nein. Noch die alten. Okay. Okay. Noch zwei. Zwei. Okay. Ich hab zwei. Welche? Teil. Warte, ich hab... Gefahr vor Ohr. Relikte des Erwachens und... Ach doch, ich hab auch drei. Auf nach Danassos. Ja. Aber das wär später. Da wollte eigentlich der Flugmeister das mal hinfliegen und bla. Bringt sich eigentlich nicht. Und der andere sagt einem dann wieder, man soll zurückfliegen und... Wow. Das hat's schon vollgebracht. Obwohl, dann könnten wir an Rohrsteine in der Hauptstadt... Ja, wieso? Wir müssen sowieso alle Quests in... ...Dolanau abgeben, also. Dann machen wir die Quests da vorne, porten uns wieder zurück. Geht doch viel besser, dass wir uns stattdessen zur Hauptstadt porten. Ach, ist das etwa der Tunnel da unten? Ich glaub schon. Da unten gibt's sicher Erzahnen, das weiß ich noch. Der Safter ist so ein... ...Nachtzehnberg. Ja, ja, bei dem sind wir schon lang vorbei. Ups, was wird das jetzt? Ein Ruggler. Oh mein Gott. Huch, noch ein Ruggler. Der Fug, was machst? Ein PC. Okay. Ich hab jetzt so im... ...Takt, ein paar Ruggler. Mal schauen, ob das jetzt noch weiter so ist. Toll. Na, wenn nicht, muss ich einfach noch mal Traps neu aufnehmen lassen. Okay. Jetzt liegt 100 Prol in Flips. Ja, alle paar Sekunden hab ich so ein ganz kurzes Standbild. Das geht halt schon ein bisschen um den Sack. Brauchst Wasser? Na, na. Da weil noch nicht. Aber kannst du was geben, wenn du willst. Außer Reichweite. Er bewegt die zwei Schritte weiter. Außer Reichweite. Und da ist ne Friedensblume. Und mein Kopf juckt. Toll. Das hat jetzt alle... Das hat jetzt alle interessiert. Stimmt, euch hat's interessiert. Schreibt's in die Kommentare. Ja, überhaupt nicht kopiert. Nein. Ein paar werden's kennen. Wie er voll daneben schießt. Dummer Charakter. Jetzt kannst du ja gerade, die sind ja Humanoid. Ja. Die haben Taschen in ihren Höschen versteckt. Das sind doch jetzt Hangars. Und? Wow, ein Kupfer. Hä? Hat er mich nochmal angeschrieben, oder? Nein, das ist noch... Das ist sicher, der noch einmal... Der Fug. Er hat mich auch. Ah, Mann ey. Ist aber wieder ein anderer. Was für scheiß Namen die haben. Auch ignorieren. Aber von der selben Gegend. Ja, irgendwann hat man dann alle ignoriert. Glaubt man zumindest. Ist aber nie so. Das Witzige ist, ich habe ja letztens bei Playmassive oder GameStar gelesen, dass ja wohl der Forcraft, ähm, im asiatischen Bereich, eine Million Spieler verlust gemacht hat. Das ist schon ein bisschen was. Und es wäre schön, wenn du den Typen mit der Leder... Achso, das ist auch Leder. Ist noch ein Raboss? Ich weiß. Ich weiß. Wie du fast stirbst. Jetzt geht auch noch in Rage. So. Oh. Was war das gerade? Ich muss mal Würfeln einschalten. Ah, Leder. Ein Intelligenz. Ist eh meins. So. Ähm. Warte kurz. Ja. Okay. Bedarf vor Gearsinn. Okay. Dann was? Achso. Ja. Warte kurz. Ja. Jeder gegen jeden. Das ist halt ein bisschen blöd gemacht. Dann gibt es gar keinen Würfeln mehr. Egal. Wir teilen es dann einfach später auf. Ja. 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 Hä? 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 Achja. Die rennen ja nur vor der Höhle rum. Ja. Und der Ramor. Von dem habe ich drei Kupfer bekommen beim Taschendiebstahl. Statt. Eine. Ist das nicht schon? So. Ah. Da oben war noch eine Höhle, wo man rein muss. Glaub ich. Ach nee. Das war... Na. Da muss ich euch gleich was dazu erzählen, ne? Wir müssen hier noch ein paar von denen killen, also. 20. Da müssen wir von denen killen. Also noch 11 jetzt. Du killst hier und ich bin... Du Taschendiebstahlstier. Während sie auf mich zurennen. Das machst du für dich wissen. Das geht weg. Ich reiß. Habe ich auch immer als Schurke gemacht in der Indie. Ja, immer erst alle Gegner, äh... Taschendiebstahl und dann erst mitkämpfen. So, jetzt musst du beim helfen. Ja, ich greif. Achso, nein. Wurscht. Nein, nix fällt in der Heilung. Stopp. Boah. Jetzt wird's knapp. Ja, der kann sich nämlich auch heilen. Es gibt ein paar Mobs, die sich heilen können. Die Frau schon. Ich tritt hab. Tritt. Damit kann ich halt hier krass zu unterbrechen solche Zahlen. Ja, wenn er was zaubert, kann man das unterbrechen. Das wird später auch noch in Raids und Dungeons und alles noch so wichtig. Und PvP. Ja. Werden wir gleich etwas entdecken. Werden wir gleich etwas entdecken. Ob ich zumindest etwas entdecken? Werden wir gleich sehen, was ich da meine und was ich da zielen wollte. Ich ein Dämonen-Haar habe. Du hast keinen Dämonen-Haar. Pfalz. Gott, ey, ich zerstör's gleich. Aber Himmel, Dämonen-Haar, ein Kupfer. Ich habe ein schwachglühendes Auge. Ein schwachglühendes Auge. Das hat auch nicht die. Welches Auge wohl? Meins. Also, es wird sowieso geteilt. So, hier ist ein... Ja, genau. Die Typen hier. Früher hat man in dieser Höhle hier alle, alle Gegenstände, zum Beispiel diese fünfter, ja, fünf, hat man selbst finden... äh, vier, hat man selbst finden müssen. Jetzt kann man die anquatschen, und sagen, wo ist die Rune des Nistens? Und dann leuchtet hier so ein weißer Punkt und der geht dir in eine Richtung. Dem müssen wir folgen. Ja, und das ist möglich. Hey, wer hat mich unter dem Stehen? Und das... Aber das ist noch eine Quest irgendwo. Aber bevor wir jetzt da runterrennen, wollte ich gerade noch mal was schauen. Nicht, dass wir einen unnötigen Weg rennen, weil ich glaube, da ist auch aus... Okay, verschlossen. Hä, was ist da hinten? 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 Ja, ja. Ja, hier ist... Zornklaue. Schau, das ist oben... Das ist oben Zornklaue. Und er befindet sich in einer Höhle. Ja. Noob. Bringt ein... Er will sich aber oben in der Höhle. Ja, am besten hätte er bei dem Film oben mitmachen sollen. Voodoo-Wix-Bringer. Alter, diese... kurzen Rucklern nerven aber zeitweise. Nerven ganz schön. Nerven ganz, ganz schön. Ganz, ganz, ganz schön. Na, muss ich wohl grad noch mal Flips dann... Ja. Flips dann... Flips dann neu machen. Tralalalala. Ah... So, irgendwo hier war das. Gleich noch mal fragen. Unsere... Liegerin der Schildwache.